Bauhaus, wenn's gut werden muss. Der elegant designte Kingston Tischgrill ist mit unter 4 kg besonders leicht. Tragen Sie ihn einfach, wohin Sie möchten. Das Produkt lässt sich komplett zerlegen. Die Handhabung und Reinigung wird so zum Kinderspiel. Der batteriebetriebene Ventilator versorgt die Kohle mit einem kontinuierlichen Luftstrom. Dadurch bekommen Sie schnell und effizient die perfekte Glut. Durch An- und Ausschalten des Ventilators können Sie darüber hinaus sehr gut die Temperatur regeln. Die praktischen Bügel garantieren, dass der Grill sicher verschlossen ist. Durch die doppelwandige Konstruktion wird die äußere Wand nicht zu heiß. So dass bei Anfassen keine Verbrennungsgefahr besteht. Das Design verhindert auch das Abtropfen von Fett auf die Kohle. Dadurch vermindert sich Flammen- und Rauchentwicklung. So macht Grillen Spaß. Die runde Form des Grills verleiht ihm ein attraktives Design. Rostfreier Stahl für die Auflage und Innenflächen wirken edel und erleichtern das Reinigen sogar in der Spielmaschine. Der Grill ist in fünf schicken Farben erhältlich. Bauhaus. Wenn's gut werden muss. Wenn's gut werden müssen, denke ich... Das Ziel 9.